Aha, das Ding ist zu stark, aber warum war jetzt hier ein Foto oder Wahrsager, ein Bild oder was weiß ich was, von Vater und seinen Kindern, was Schach spielen? Also ich habe ja gesagt, das Ding hier, der Boden sah aus wie Schachbretter, okay, das stimmt prima, aber hä? Und anscheinend war doch das große Viech hier, der Boss. Okay, was, jetzt muss ich irgendjemanden suchen, der was uns helfen kann, aber jetzt muss ich erstmal überzeugen, dass er uns hilft. Aha, warum kannst du denn den machen? Du bist die Königin, ich bin doch nur deine Tochter, du. Alter. Na gut. Wen sollen wir jetzt hier finden? Wo sollen wir den jetzt finden? Oh. Fragen über Fragen? Da ist irgendein Viech. Ich will's gar nicht wissen, was das ist. Ja, doch, ich will's wissen, aber geht das hier runter oder was passiert hier, weil das eine andere Farbe hat? Was? Wie, wer, haltet es, haltet es, meine, die, die... Achso, das zieht sich ein, aha. Aha. Ah, okay, ja, gut. No, no problemo. Gut. Wuhu. Okay, und du kannst aber einmal nur weit springen. So, Doppersprung kannst du nicht, okay. Warte mal. Das ging und das ging, genau. Dreiecke, nix. Okay. Gut. Äh. Was ist das hier? Hier geht's weiter, hier geht's hoch. Ja, weiter, keine Ahnung, wo es weiter geht, aber hier geht's einfach mal hoch. Hier geht's auch hoch. Da sieht man dann auch aus, als wäre es eingestürzt. Da kann ich hier nix machen. Oder? Ne. Aber ich find's trotzdem nice, wie, 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 dann trotzdem der Körper sofort, äh, sich den, der Umgebung anpackt, sag ich einfach mal so, also dass sich sofort abstützt, so und nicht einfach so irgendwo, äh, entgegenläuft und kein Plan, dass, dass, dass eine Wand ist. Das find ich schonmal sehr gut. Das ist ja bei den Meistenspielen so, dass die einfach nur dagegen laufen und keinen Plan haben. Aber hier arbeitet der Körper mit, der Umgebung mit, das ist schön. So, äh, der Weg war jetzt scheiße, incorporate, oder? Komme ich von hier? Ja, aber hier auch, okay. Gut, dann hier. Ach, du kleine Ballerina, du. What? Wie? Hä? Was war das jetzt? Ein Schrei. Hä? Okay. Wow, wow, wow. Achso, das ist ein Aufzug mäßig. Okay. Boah, Leute, Leute, Leute. Das kann ja lustig werden hier, die Hütte. Aha, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt näher bei dem Kaff? Bei dem Typen? Oder? Hier, ja, ich bin, glaube ich, näher. Ist auch mehr als das? Nee, okay. Nee, okay. Äh, ja. Sollen wir wahrscheinlich hier ruhen? Ja, so geht's auch. Mach einer auf, ist das das Creed hier? Gut. Aha, da fängst du an mit dem Jump'n'Run-Gedänts einmal. Alles klar. Oh, 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 oh. Alles gut. Alles gut. Easy. Gut, dann hier wahrscheinlich runter. Sieht mir dann eine Feuerlater aus. Und ist es auch anscheinend. Oder ein Seil. Ah, okay. Ah, das sieht aber auch geil aus, ey. Dieses Orange und was weiß ich. Hä? Das ist ja Wasser. Oder wird da immer der Zeil so... Nicht jetzt. Hä? Wie, ich kann hier durch? Wat? Nee, 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 nee. Runter, runter. Ich will, ich will runter. Ich weiß noch nicht, wie loslässt. Ah, okay. Aha. Aha. Und jetzt? Hä? Kann ich mal jemand verklickern, wo ich überhaupt hin muss? Weil ich hab keine Ahnung grad. Der Ding geht dann weg, wenn ich hier runterkomm. So weit bin ich schon mal. Aber hier kann ich ja nichts machen. Und dann geh ich drauf, wenn ich hier runtergehe. Also, kann es so schwingen. Kann es aber nicht schwingen. Na, super. Äh, ähm. Was soll ich jetzt hier unten machen? Vielleicht doch hoch. Nee, hoch geht es nicht weiter. Es geht nur höchstens so weit runter und so weit rauf. Ja, toll. Und ich kann auch nicht schwingen. Ich kann nur geradeaus. Also, rauf oder runter. Oh, oh. Oh, oh. Mhm. Ah, what? Da? Hä? Wie jetzt? Wo jetzt? Wann? What? Da ist ein Weg. Hab ich den echt gerade übersehen? Oder kam der echt erst jetzt? Na ja, gut. Okay. Gut. Wieder ein Tod mehr. Aber anscheinend juckt es dem Spiel überhaupt nicht. Äh. Was ist denn hier los? Hä? Wird's dir gut? Sieht aus wie eine Hand und zwei Hände oder was weiß ich. Wie. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020